Klipp da, Digger! Klipp da, Digger! Ha! Hä? Oh! Drop it! Geen du weg, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Und zwar wieder Top 5 Plays. Wir müssen auch mal wieder einen Gang runterfahren, weil die letzten Folgen waren geisteskrank. Ich habe, glaube ich, jetzt noch nach diesem Video 15 Clips immer noch am Start. Ey, danke für die zahlreichen Einsendungen. Ich küsse euer Herz. Es sind auch wieder geisteskranke Clips dabei. Also mein Standard übertrifft das immer. Weil ihr wisst ja, ich bin zwar gut, aber eigentlich der Beste. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge Top 5 Plays. Falls euch das Video gefallen hat und noch neu bist, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und Kuss. Gerne mir bei Twitter oder wo auch immer weiteren Clips schicken. Peace. Kommen wir auch schon zu Platz Nummer 5 vom Vazibu. Ein Five on Colette Nosk Ender. Platz Nummer 4 geht an den Leben Vanity mit einem Nosk Ender in BO3. Platz Nummer 3 und damit gehen wir in die Top 3 rein zu Ray Z mit einem Five on Times Two in WB2. Geiles Ding. Platz Nummer 2 geht an unseren lieben Nix los. Der Mann hat auch One-Shot Clips. Muss man auch mal Props geben. Gönn mal Luck hier. Gönn mal ein bisschen Luck. Platz Nummer 1 und ich sage euch, dieser Clip ist geisteskrank. Das ist ein Back-to-Back-Clip. Same Life. Und das ist auch noch ein Banger-Clip. Tobi, kranker Clip auf Platz 1. Ist zwar War, aber geisteskrank. Ein Six on into Triple Ending Five on. Viel Spaß mit diesem Clip. Bis zum ersten Mal. esf ellen. etwas Tol, broader.